So Leute! Willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2. Ich habe unser kleines Problem bei Gerardin-Bogen. Oder so ähnlich. Ähm, dazu müssen wir schnell mal nochmal in die Zuckbox. So, hier haben wir jetzt nämlich einen Griller Level 32. Das habe ich von meinem Schwarz-Spielstand getauscht. Damit sollten wir jetzt eigentlich gegen Gerardina antreten können. Ich werde dieses Pokémon natürlich auch nur bei dem Arena-Kampf einsetzen. Es sei denn, ihr... Okay, das bringt wirklich nicht mit... Also, ich werde es nur bei diesem Arena-Kampf einsetzen. Und... Ja... Ich hoffe, die Sache klappt jetzt so. ... 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 Das ist eine Niche. Okay. Okay. Ja, alles was ich dazu sagen kann ist Epic Fail. Ja, das war nun gar nichts. Ich dachte das klappt so, aber ohne Tränke sieht es natürlich schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ich vergete habe ich. Ja, okay, das noch reichen. Machen wir mal zwölf. Okay, ich kann mal zwei mit Leber kaufen. Okay. So, aber diesmal klappt es jetzt wirklich. Und diesmal brauche ich einen richtigen Plan. Und der beinhaltet nicht raus und rein gehen. Okay. Okay. Mmm, das ist toll. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann kämpfen wir uns ein bisschen bei Panzer Ehrung voran. Und ja, den Abschluss macht dann ein Grimmack. Schluss ist es klappt so. Gut, gleich die erste Tocke ab. Schau mal start. Ich weiß, die Köpfe, die wir hier voran, macht das immer viel, viel mehr Schaden. Okay, tot. Das ist nicht schlimm. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Okay. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. Das war so klar. Das war so klar, dass das abgesagt wird. So klappt das natürlich nicht. Okay, das war so cool. Okay, und jetzt was Lärm. Bingo! 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 Nein, ich meinte doch nicht Creme machen. Ich habe mich wieder vertippt. Achso, doch. Ja. Klar. Alles okay. Okay. Wir setzen jetzt noch mal rein. jetzt einen Heppertal das gefällt mir gerade gar nicht ok, ich will mal die regt mich auf es kann nicht sein, dass ich die nicht schaffe ok, wir gehen ins Creme abtonieren bevor es auf Level 40 ist, gehe ich nicht so wir werden vielleicht auch zum Tonglust damit es gehen soll, um zu trainieren ja, gut gesehen so 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 okay so 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 wo man das eigentlich gar nicht so schlicht. Also, wir nehmen noch na, sag schon, hier, zähl wir uns mit. Dann machen wir uns oft zum zweiten Versuch für diesen Part. Ich wette, diesmal schaffe ich das. Warum ist die, warum schallt die eigentlich auf einmal so stark? Die anderen waren so schwach und tralala, die konnte man nicht besiegen und warum, warum die nicht? Hm, die machen die los. Okay. 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 Ich schick mir mal die Themen. Okay. Okay, wir gucken. Hier ist nichts weiter. Auf zum x-ten Versuch Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier Okay. Gut, da wären wir. Ich habe keine Tränke, also ich habe keine Tränke. Sechs Stück. Toll. Aber es müsse gehen. Okay. Los geht's. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 1. Ich würde ein bisschen vorfacher vorgucken. Ja, das ist gut. Aber das muss ich nicht. Okay. 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 Ja, level up. Okay, 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 level up.